So, er war einer derjenigen, der hier Fans in Ekstase versetzt hat, Mark Lamsfuß und seine Fans sind hier. Kriegt ihr das nochmal hin für ihn? Ist das der deutsche Meister? Also vorhin waren sie noch viel lauter. Mark, wenn man auf dem Feld ist, nimmt man das wahr, wenn die draußen einen so unterstützen? Im ersten Moment nimmt man es nicht wahr, aber falls du einen Punkt machst, dann unterstützt du natürlich noch um einiges. Und das ist sehr gut immer für mich und ich brauche sowas. Und ich weiß, der junge Mann, der war draußen, das habe ich mitbekommen, immer der lauteste. Seit wann bist du Fan von Mark? Wir sind in einem Verein und da eigentlich schon immer, aber ich bin schon, als ich noch klein war, bin ich immer zu den U19, U17 Länderspielen mitgekommen und habe ihn dann spielen sehen. In diesem Sinne, feiert ihn noch schön und toller Erfolg, einmal Vizemeister, einmal Meister, Mark Lamsfut. Und kriegen wir nochmal einen Schrei von euch, kriegen wir nochmal hin, oder? Kriegen wir nochmal hin, oder? Ein Risiko wurde geschlagen, wurde mir gerade noch gesagt. So, bei drei nochmal, eins, zwei, drei und jetzt nochmal feiern, Mann. Wuhu! Wuhu!